Als ich dann angefangen habe mit dem Beruf, war mit für mich ein Beweggrund, dass ich dachte, naja, vielleicht wird mein Leben ja ganz langweilig, aber wenn ich jetzt Schauspielerin bin, dann kann ich ganz viele Leben erleben und kann Leidenschaften durchlaufen und extreme Gefühle erfahren, mithilfe der Figuren, die ich dann spiele. Und das war mit ein Reiz, warum ich diesen Beruf ergreifen wollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017